So meine Lieben, und damit das Willkommen zur ersten Folge eines neuen Projekts, beziehungsweise eines neuen Turniers, das in wenigen Tagen starten wird. Und zwar seht ihr schon oben im Titel, der Lions Cup 2015 findet auch in diesem Jahr wieder statt, Freunde. Richtig geile Sache und der liebe Leon hat mich eingeladen. An der Stelle auch ein dickes Dankeschön an dich. Freut mich, dass ich da mit dabei sein darf. Und heute gab es die große Überraschung, die Auslosung. Zwölf deutsche FIFA-Kanäle sind mit am Start. Vier Gruppen gibt es, heißt pro Gruppe kommen drei Kanäle rein, die untereinander dann letztendlich Gas geben werden und gegeneinander spielen werden. Und heute gab es, wie gesagt, die große Auslosung und ich weiß jetzt schon, wer in unserer Gruppe mit am Start ist. Und die möchte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen präsentieren. Gruppe Nummer 1, der liebe Lions, Vizca Barca ist mit am Start. Und der Russack, ihr findet übrigens alle Kanäle unten in der Videobeschreibung. Also könnt ihr gerne mal natürlich überall vorbeigucken. Und wenn ihr die Auslosung nochmal so in voller Länge sehen wollt, die findet ihr beim Leon. Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung. Dann kommt die Gruppe Nummer 3, Freunde. Ich lasse mal eine aus mit Bro-Owns, den Hamburger Jungs. Das ist also das, so ein kleines Freundschaftsduell, was am Start ist. Und den FIFA-Nubes, das ist Gruppe 3. Gruppe 4 mit einer Partie, auf die sich, glaube ich, wieder ganz FIFA-Deutschland, FIFA-YouTube-Deutschland freut. Viel FIFA, der Hansus ist mit am Start. Und PMTV, das ist ein neuer Kanal zwischen dem lieben Mert und Patrick HXD Gaming, die sich zusammengetan haben und dann den deutschen Kanal aufmachen wollen, soweit ich das jetzt vom Lions richtig verstanden habe, Freunde. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht ganz im Thema. Aber die sind auch mit am Start. Hammergeile Gruppe. Viel FIFA, Hansus, allein schon die Partie bei Fatal war der absolute Wahnsinn, die beiden Partien. Also das wird auch richtig krass. Und damit ist Gruppe 2 auch fix, Freunde. Wir haben ein enorm schweres Los gezogen. FIFA, Goals United, Finjes FIFA und Badeschlappen LP. Unser Name oder der Name Badeschlappen, der passt da schon wieder so null rein. Schaut euch das an. Lions, FIFA, Goals United, Wieskabasa, viel FIFA, der Hansus, Hamburger Youngsters, Pro-Owns. Und dann kommt Badeschlappen, Freunde. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber wir sind in Gruppe 2 mit FGU, mit Finjes FIFA. Das wird eine enorm harte Gruppe, die wir da irgendwie meistern müssen, Freunde. Das wird hammerhart. Das wird hammerhart. Das ganze Turnier startet am 10. Mai. Da wird es letztendlich losgehen. Allerdings werden da die Aufnahmen gestartet. Also wann dann der direkte erste Upload-Termin ist, kann ich euch an der Stelle noch nicht sagen. War jetzt auch erstmal so ein kleines Infovideo. Wir werden uns auch nochmal zusammen Gedanken machen, mit welcher Truppe wir rein starten wollen. Denn da haben wir auch noch so ein bisschen ein paar Regeln, die noch nicht ganz geklärt sind, welche Teams man letztendlich bauen darf. Aber da werdet ihr nochmal informiert werden, in einem neuen Infovideo. Denn da will ich euch mit reinnehmen, was ihr meint, mit welcher Truppe sollen wir gegen FGU und Finjes FIFA antreten, Freunde. Das wird hammerhart. Das wird brutal. Aber ihr merkt, ich freue mich riesig drauf auf den Lions Cup 2015. Mal gucken, wie weit wir kommen werden. Das Ganze findet übrigens auf der Xbox One statt, damit ihr da Bescheid wisst. Und in dem Sinn gibt es dann mehr Infos. Eventuell, wie gesagt, auf den anderen Kanälen. Klickt unten auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, ich hoffe, ihr euch auch, Freunde. Wer ist der Favorit? Wer holt sich diesen Cup? Letztes Jahr 2014 war es ja FGU. Aber wer ist es diesmal? Schreibt es mal rein. Ich bin gespannt, Freunde. Wir werden es enorm hart haben. Erstens als PC-Spieler. Zweitens, ich bin nicht der allerbeste FIFA-Spieler. Das wisst ihr. Aber labern kann nicht gut. In dem Sinn, werden wir mal gucken, wie es letztendlich ausgeht. Ich bin raus. Macht das gut. Haut rein. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus. Servus.